Was geht ab, Leute, 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 Games, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Auf geht's, weg hier. Haben unsere Liga-Karte bekommen. Wir können die noch irgendwie bearbeiten. Moment, wir sollten mal wieder in den Klamottenladen gehen. Nix. Da ist er. Ohne Mist, diese Klamotten hier sind verdammt teuer. Oh, sind hier neue Shirts reingekommen? Ich glaube, die hatten wir vorher nicht. Ich finde die Klamotten alle irgendwie so ein bisschen mäh. Ausgewaschen und grün. Ne, lass mal. Na, sieht alle scheiße aus. Lange Sportsocken werden super für 1000. Die machen einen totalen Unterschied. Ja, die sind ganz cool. 17.000, joo, haben wir. Ja, der Rest kommt später. Ne, ich finde die Sonnenbrillen auch irgendwie nicht so toll. Aha, 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 aha. So, wie bearbeite ich meine Liga-Karte? Hier. Dallian haben wir hier drin, Kartencode. Nein, da können wir noch was anderes machen. Das ist die Rückseite. 20 Pokémon haben wir schon. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir unseren ersten Arena-Furzig-Blatt machen. Okay, wir sind jetzt wieder in der Naturzone, aber irgendwie müssen wir zu dieser Route kommen. Jetzt, wir müssen zum Bahnhof hier oder so. Aha, wir hätten oben lang gemusst und dann hier lang. Aber wir können auch hier unten lang gehen. Wir gucken mal. Weil da ist so eine Brücke, da war ich nämlich auch noch nicht. Okay, fieses Pokémon-Vorsicht. Äh. Warum nicht, wenn wir schon mal hier sind? Hat sie auch einen Schimpf. Aber meins ist schon weiterentwickelt. Das ist natürlich jetzt witzig. 13 und 16, na. Wird ja nicht wirklich viel effektiv Schaden machen. Ja, das ist schon ganz okay. Immer drauf. Warum überraschen die uns nicht einfach und machen den Triple-Schlag? Easy. Oh, das war's schon. Hat die noch ein Pokémon? Hm, das ist ein Feuer-Pokémon. Habe ich was dagegen? Glauben nicht. Aber ich lass mal Pikachu oder ihn kämpfen. noch nie in Action gesehen. Ah, schon ein bisschen stärker anscheinend. Hoho, das ist gut effektiv. Gut, wenn die Initiative sind, könnten wir als erstes jetzt angreifen. Perfekt. Psych-Strahl, joo, wäre nicht schlecht, oder? 60, aber... Machen wir's so. Mimmeon. Ja, da haben wir was. Hat sich einfach mal alle Starter-Pokémon. Die wird gegrillt werden. Mega effektiv. Offenlegung. Nee. Muss ihn nicht haben. Gut, wir konnten ordentliche Erfahrungen sammeln. Und hat richtig Kohle gegeben. Okay. M51-Watze. Jetzt müssen wir einfach nur noch da rüberlatschen. Das ist ziemlich schön gemacht, aber ich kämpfe gegen kein einziges Pokémon, was hier rumläuft. Frei rumläuft vor allen Dingen. Okay. 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 Hm. Er sagt mir, die Pokémon sind krass, wenn wir hier rüberlaufen. Oh oh. Darf ich schon mal ein Relaxo? Ich kämpfe aber gegen kein einziges, was hier rumläuft. Ich checke nochmal eben die Karte. Ah, die ist jetzt hier unten verschwunden. Kommen wir auch dahin? Anscheinend. Oder ist das die Brücke, die wir da oben nutzen müssen? Ich weiß es nicht. Können wir die Pokémon vielleicht hier bekämpfen? Wir gucken mal. Es wirkt extrem stark. Oh oh. Oh. Wohl 26 geht eigentlich. Wir müssen aber trotzdem abbauen. Das war so klar, ey. Also gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Komm, wir gehen zurück zur Stadt. Hat keinen Sinn. Wenn die Karte ein bisschen übersichtlicher wäre. Man könnte direkt hier rum. Das müsste doch eigentlich gehen. Oder ist es wirklich diese verdammte Brücke? Ich gehe in die Stadt. Ich will es herausfinden. Da lag so noch. Hm? Futter? Oh. Was man hier alles findet. Pferdepokémon, die sind so abgespaced aus dem Gegner zu früher über route 3 nach tourfield Aber da ist so eine lustige brücke durch deswegen dachte ich so wir können vielleicht den weg nutzen Irgendwas sagt man meine pokémon müssen noch stärker werden bevor wir da überhaupt eine chance haben Wink 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 das müsste jetzt eigentlich gehen dass wir hier lang Das sieht extrem brutal aus Ich darf hier nicht lang Gemein also müssen wir unten lang gehen Das wäre perfekt gewesen ne Dann von hier aus weiter Hier haben wir die andere Seite Mann das wenn ich alles vorher erkunden darf wir müssen uns an den weg halten wie doof ist das denn Gut aber die route ich würde uns wieder irgendwo hinschicken wo die pokémon wahrscheinlich extrem stark sind Pokémon Center Einkaufen brauchen wir aber glaube ich nicht heilen wir aber gut Hm Schon wieder ein trainingskampf muss das sein Jetzt werde ich sogar nur gezwungen gegen den zu kämpfen Das gibt's doch nicht Na ich mache den Eblatt Ich muss sagen, die Pokémon leveln mega schnell in dem Teil. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Der immer noch mit seinem Schaf und das ist Level 11. Also, ich weiß nicht. Der hat mal gar keine Chance. Okay, welches seien an dämlichen Pokémon will er jetzt reinschieben? Guck mal, schon Level 18, ey. Aber ich weiß nicht, was gegen Flug-Pokémon hilft. Krass, wie das Pokémon stärker ist als mein Haupt-Pokémon. Nach wie vor aber geil, dass alle Erfahrung kriegen. Anspannung wirkt. Alles ist nicht so effektiv. Gucken wir mal. Okay. Gut, Initiative sinkt. Der nächste Angriff würde dem Linker ausmachen. Bäm. Ich glaube, die machen das Spiel extra am Anfang so leicht. Das wird noch viel schwerer. Klar, können wir mit Pikachu kontern. Bäm. Na dann. Bye-bye. Oh, der hat das überlebt. Wahrscheinlich nur, um das zu sagen. Guck, zu keep. Das soll es gewesen sein. Och. Ein Trank. Hätte ich mal nicht darauf vertraut. Toll. Jetzt aber nochmal Elektroball. Ui. Yay, Liga-Karte. Wir wissen, was er sagt. Der will den Titel haben. Der will ein Wettrennen machen. Das ist immer dasselbe. Also, ich glaube, gegen den können wir schon kämpfen, oder? Doch nicht. Route 3. Das Abenteuer geht weiter. Neues Pokémon. Wir fangen alle. Oh, ein Katzen stinkt hier. Und Level 11. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu stark für die... Boah, ich habe Schiss, dass ich die killen mit einem Schlag. Habe ich so viel gelevelt? Ich habe doch gar nicht so viel gelevelt. Was habe ich denn hier vergleichbar schwaches? Ja, 15 wäre doch was, oder? Ich könnte hier alle One-Shotten, wenn ich will. Das ist zum Glück nicht effektiv. Oh, Fels-Grab. Oh, das ist natürlich jetzt Mist. Okay. Okay. Sollte mir schon reichen. Ja, Tränke braucht man wirklich, wenn man länger unterwegs ist. Dann. Mega. 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 Danke. Mega. Mega. Da. an evoli hoffentlich ist es in mein level an den vulpix ist das aber doppelschlag ja schon ein bisschen schneller aber mache ich so viel schaden perfekt ja ich will wirklich jedes pokémon fangen was uns über den weg läuft gibt ja auch erfahrung wahrscheinlich werde ich dann ziemlich overlevel sein wenn ich dann bei der arena ankomme ich mag vulpix ein cooles pokémon wir können auch ganz viele pokémon verschiedenen typs gebrauchen uja zick zack kann das sein dass wir den schon haben es ist gerade nicht boah knapp da fliegt da unser ist das einfach und level 18 und nicht normal es tollt rastos umher begegnet es mit einem anderen pokémon rempelt es diesen absicht um schreit anzuzetteln hat so ein vieh an sich wieso pokémon kommen denn hier bitte raus kutini oh gott ich kenne es mit dem doppelschlag äh ne bitte nicht lass es nur eins ach shit naja ich bin einfach zu stark ich muss ein anderes pokémon rein machen auf geht's ich bin einfach ein einfacher kutini 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 Untertitelung des ZDF, 2020